Ja, hallo! Ich bin hier wieder im Kurpark in Cuxhaven. Es gibt ein weiteres Video, wie du sehen kannst, das ich hier zusammen mit dem geheimnisvollen Baummann für euch drehe. Und da steigen wir jetzt ein. Lasst euch überraschen und viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo! Der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass wir mein Video erneut anschauen. Heute bin ich hier bei uns rausgegangen an der Nordseeküste. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, mir gefällt das eigentlich ganz gut so, dass ich dann auch mal meine Vlogs machen kann, hier so direkt. Ich muss mich immer noch ein bisschen daran gewöhnen, an das Sprechen so in der Öffentlichkeit, in die Kamera. Aber das ist halt wirklich nur eine Übungssache. Die liebe Janett, die kann mir das sicherlich bestätigen, dass man das halt, je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem dann auch. Und wenn man sich dazu entschlossen hat, solche Vlogs zu machen für dich, dann sollte man da auch dranbleiben. Und Practice makes you perfect. Okay, ja. Dann gehe ich jetzt hier langsam mal wieder zurück. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Aufnahmen hier soweit im Kasten mit der Pocket 2 und der Hero 9. So, dass ich dann auch diesmal beurteilen kann, wie gut die Soundqualität der Hero 9 mit dem Audio-Mod und meinem externen Mikrofon, meinem Rode ist. Tja, da bin ich dann schon sehr gespannt drauf. Okay, jetzt kann ich euch noch kurz den kleinen Fuchs zeigen. Mal schauen, wie wir den am besten gleich mal drauf bekommen. Mal schauen, der läuft hier, Reinecke Fuchs, könnt ihr sehen, da ist seine Spur. Das ist der Fuchs auf heißer Spur. Der Fuchs auf heißer Spur. Müsste das schon funktionieren? Bin ich ganz sicher. Näher ran oder weiter weg? Gehe erstmal näher ran. So, dass ich den Fuchs so draufkriege. Muss ich jetzt halt mal ein bisschen nach unten schwenken. Da ist er. Der Fuchs auf heißer Spur. Jetzt kriege ich sogar mal das Smartphone mit rein. Dann schauen wir uns den Fuchs nochmal ein bisschen genauer an. Da ist er. Da schnüffelt er auf dem Boden rum, um seine nächste Beute zu finden. Oder auch für eine spannende kleine Liebesnacht ein Weibchen. Das war der Fuchs auf heißer Spur. Und jetzt seht ihr wieder den Matthias auf heißer Spur. Wie er sich hier am Rande des Kurparks bewegt. Ja, und jetzt kommen wir hier noch zu einer hochinteressanten Skulptur. Das ist der geheimnisvolle Mann im Wald. Der Baummann. Ich werde die Pocket nochmal. Da ist der geheimnisvolle Baummann. Der Baummann. Das geheimnisvolle Wesen. Pocket ausrichten. Und auch mit der Hier und Neuen. Ja, was es mit diesem Mann auf sich hat, weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Aber diese Skulptur ist mir in langer Erinnerung eigentlich schon. Auch früher, wenn ich hier mal mit der Ex-Freundin im Kurpark war und mit dem Hund, haben wir da immer unseren Besuch abgestattet. Dem geheimnisvollen Baummann. Er ist halt, er ist ein Guter. Ich glaube, er ist ein Guter. Er bringt Glück. Ne, Baummann? Du bringst Glück. Ja, dann kann ich hier auch schon mal meine kleine Abmoderation machen. Direkt neben dem geheimnisvollen Baummann hier im Kurpark Cuxhaven an der Nordseeküste. Ich freue mich, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss geschaut habt. Ganz recht herzlichen Dank dafür. Wenn es dir gefallen hat, dann zeig mir das doch bitte auch. Lass mir einen Daumen nach oben da. Schreib einen kleinen Kommentar. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte jetzt. Drück auch die Glocke, sodass du immer aktuell informiert bist, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und ansonsten bleib mir nur hier im Kurpark zusammen mit dem geheimnisvollen Baummann euch allen zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt. Steht diese Krise gut durch. Lasst euch nicht die Decke auf den Kopf fallen. Geht ruhig hin und wieder mal raus. Unternehmt was Schönes mit euren Freunden und eurer Familie. Ja, und ansonsten sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut. Bis dann, euer Matthias. Winter's gone now, we're headed for summer I guess that means it's been three years called you And I don't even try, try to remember Can't seem to remember To forget about you Long, long But you're never so near And I hold on to My favorite dreams So long As I sleep You are here When I close my eyes When I close my eyes It's you that I see And I'm calling out But you never hear me I am preaching out But I'll wait in faith And when I dream every night It's always the same And I'm weak When I'm crying Your name I'm crying Your name Call me down 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 Es ist das Licht weg, mehr oder weniger. Mit der Mavic Air 2, dass ich die nicht völlig umsonst hier mitgeschleppt habe. Ob sich das noch lohnt jetzt oder ob ich dann gleich nach Hause gehe und dann nochmal wieder komme, um die Aufnahmen mit der Mavic Air 2 und der DJI Mini 2 dann für uns zu machen. Untertitelung. BR 2018